Da hinten ist auch noch so'n Schweinehund. Tarnfeld aktiviert. Das ist ja immer nur diese Scareb-Knarre. Das ist irgendwie... ...unlogisch. Ich mein, Ballast-Spiel besteht irgendwie eigentlich aus den Elementen, dass man sich viele Waffen sammelt und dann auch irgendwie... ...dann halt... ...ganz normal... ...damit dann H.T.A.R.D. weitermacht, also weiterspielt. Ach, wieder mal. Wir müssten anzeigen. Pfff... ...wahl abgeknickte Bäume... ...nice... Ja, schön, aber... Ähm, Moment mal, ich dachte doch, dass diese gelben Anzeigen, die heißt doch eigentlich Feinde. Warte, lass... ...dont miss... ...with... ...komm... ...alles fällt auseinander. ...Infektionen überall... ...Armeschweine... ...und Zellwirbel alle Keulen. Außerdem tauchen noch die CEP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn. Das ist sicherer als die Straßen. ...Offenlich haben sie die Marines mitgebracht. Sind wir in einer Zugbahn? In einer Zugbahn, alles klar. Wo würde ich... ...als normaler New Yorker jetzt eine U-Bahn suchen? Natürlich dort, wo viele Menschen sind. Logischerweise, denn dort kann man nämlich... ...denn dort kann man nämlich am besten... ...und halt... ...den Weg zu U-Bahn hinbauen. Würden hier viele Menschen herlaufen? Nein, weil hier Autos fahren. Vielleicht ist mein... ...Gedankengang jetzt auch gerade... ...et...was... ...ähm... ...ne, man kann hier nicht was ran. Ja, vielleicht etwas... ...ähm... ...falsch, aber... ...ich glaub nicht. Vielleicht... ...wann ist das in die U-Bahn rein. Wann war das ja hier schon in die U-Bahn-Station? Wann war das ja hier schon in die U-Bahn-Station? Ich dachte, ich habe schon Optionen suchen, ja. Vielleicht sind doch die gelben Objekte... ...alles das, was irgendwie... ...einigermaßen von... ...bedeutung sein könnte. Ähm... ...ja, aber... ...hier kann man sich nichts mehr nehmen. Äh, hier geht's nicht mehr. Mal den, ähm... ...nach... ...hier kann man sich... ...weiß er wieder ab anstellen. Tja... ...tja, Caness... Das ist hier der Weg zur U-Bahn-Sein? Das wäre zu einfach. Nein, hier ist nur ein... Hier ist nur ein Truck-Store. Die Anzeige geht immer noch. Unrealistisch. Ey, ich liebe es gerade zu... ...einfach in eglichen Computerspielen. Dafür einfach irgendwelche Fehler zu suchen. Der verliebt mir zwar völlig die Hattung, aber trotzdem ist das aber auch ziemlich Spaß. Finden Sie den Weg zum Grund? Ich habe keine Ahnung, wenn es an diesem... Hier an dem HUD-Links geht, wenn es aber die richtige Route führen kann. Okay, das Blickfeld wird größer. Ich habe keine Ahnung, wo ich herlaufen muss. Der blaue Fall gibt mir jetzt aber definitiv an, wo ich herlaufen muss. Mein nächstes Problem ist nur, hier kommt man nicht hoch. Natürlich. Hier auch nicht. Vielleicht kann man es irgendwie durch dieses Dors hier durchläufen, aber... ...näh. Jetzt habe ich das mit dem... ...markieren kapiert. Ich muss also den Cursor auf das Objekt halten. Ich wollte es jetzt einfach mal hier mit allen. Ich muss also den Cursor aufbauen. Panzerung verändert die größere Böder des Feindes und scheinbar zu verwegen, um die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigen. Der Panzer-Modus verbraucht Panzer-Energie. Die Überlebenswahrscheinlichkeiten der lebensmodierender Munition steigt. Der Panzer-Modus hat sich gerade über seine eigene Kanada ausgenommen. Manche Menschen sind einfach nur dämlich. Out, out, out. Arschloch. Der Panzer-Modus hat sich in Gefahr gehalten. Erstmal Energie wieder aufladen. Der Panzer-Modus hat sich fixiert. Du bist tot, Sunnyboy. Oh, shit, 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 shit. Das Spiel bocht. Das war wichtig. Ich will auch irgendwie... Hab ich das jetzt gemacht? Das wäre A, LOL, B, cool und C, es wäre LOL. Schöne collectiverALLbst letzen lassen. Waar... Da bin ich 200-2f-1f-1f-4-2fn-2f-1f-1f. Aaaaaaah Achso, ja! Ähm Und, Action! Laptop benutzen Wissen Sie was, Leute? Ich habe die Schnauze voll von diesem scheiß Laptop Ich habe die Schnauze voll von diesem scheiß Laptop Ist der in zwei Teile zersprungen Völlig explodiert Wo ist der hin? Ach, nicht der Rede wert Ja, ich glaube, ich beende jetzt mal hier den, äh Den vierten Teil Dann hören wir uns jetzt einfach dann Glaub ich, im fünften Teil wieder Aber wie gesagt, das Spiel entwickelt sich, also das macht wirklich Spaß Auf jeden Fall, dann Tschüss!